Hi Leute, eine kleine Info. Nicht wundern, wenn es im Hintergrund ein bisschen raschelt. Und zwar ist mein Hamster gerade wach. Und ja, es kann dann sein, dass es ein bisschen raschelt halt. Juhu, das macht so viel Spaß. Jetzt, Lilly, sei leise, sonst wächst nur noch Sippy auf. Hm. Juhu. So. Oh cool, man kann Hamster auslaufen. Mama, man kann anscheinend Hamster auslaufen. Ja, das weiß ich. Im Bad zum Beispiel. Im Zimmer nicht, weil sie kann unter die Schränke. Hier kannst du auch unter die Schränke. Zum Beispiel hier. Ja. Ja, dann tun wir halt das Teil. Mhm. Okay, ja. Dann bad ich schnell fertig. Und dann machen wir das. Sag mal Lilly und Sarah Bescheid. Okay. Lilly, Sarah? Hm? Ja? Wir laufen heute Sippy aus. Hier mit dem Gassi? Wir haben doch gar keine Leine. Nein! Im Bad. Ach so, okay. So, dann tue ich das mal raus. Äh, Schatz, was machst du da? Wir laufen heute Sippy aus. Hä? Wir gehen doch damit raus. Wieso stellst du jetzt, ähm, ja, Ding raus? Ja, wir laufen hier im Bad aus. So, Kinder. Ihr könnt kommen. Okay. Okay. Ich wegschnell. Sippy auf, und dann bringe ich ihn schnell rüber. Ups. Sippy, wo bist du? Ja, hallo. Ja, komm. Okay. Oh, los. Lass du... Lass du... Wir setzen uns hin. Warte, ich tue noch meine Stofftüte schnell. Ja, mach die Türe zu. Lilly, mach die Türe zu. Mama, ich will aber auch rein. Ja, warte, ich nehme Sippy schnell. So, jetzt kannst du rein. Mal wieder zu. Okay. Dann können wir ihn jetzt auch. Mama, wie du verliert den Körner? Ja, weißt du, Lilly, er hamstert es, und dann, wenn er essen will, verliert er halt ein bisschen was. Ich glaube, du kannst dann das Bad putzen. Was ist denn? Ich glaube, ich tue ihn da wieder rein. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Ist da Bumpe eingeschlagen? Ja, das war Sippy. Ich glaube, Kinder, ihr geht jetzt mal raus. Ich mache das Bad sauber. Ja, das war Sippy. Ja. Gott, Hilfe. Okay, jetzt sieht es einigermaßen wieder sauber aus. Wie süß. Sarah, komm mal her. Ja, was ist los? Ah, wie Süße sitzt in der Schüssel. Huch, jetzt hat er sich weggegraben. Dann gehe ich jetzt raus und ich würde so gern mal wieder ins Schwimmbad gehen. Ja, ich auch. Vor allem jetzt machen wir gerade die Freibäder auf. Ja, ich will meine Mama fragen. Mama. Ja, was ist los? Können wir ins Freibad? Ja, wieso nicht? Yeah. Wie, Freibad? Kann ich mit ins Freibad? Ich will auch ins Freibad. Freibad. Okay, klar. Dann gehen wir jetzt alle ins Freibad. Wuhu. So, jetzt sind wir da. Hallo, herzlich willkommen in Watermelon am Weiby Club. Äh, hallo. Ich möchte euch erstmal alle Stationen zeigen. Kommen Sie mal mit. Das können wir doch selber lesen. Hier könnt ihr im dritten Stock Rutschenparadies, hier Kinderparadies und hier ist dieser Raum hier. Viel Spaß. Äh, ja. So. Komm Kinder, wir ziehen uns um. Wer will mit mir mit? Und dann gehe ich halt alleine. Papa, dann ich mit dir mit? Hm. Okay, Kinder. Dann gehen wir hier rein. Und ihr geht hier rein. Wie findet ihr Mie? Ja, ohne Taucherbrille ein bisschen besser. Papa, können wir hier ein bisschen bleiben? Hm? Okay, wir bleiben schnell bis hier. Ihr könnt ja schon mal rüber gehen. Cool. Ja, wir schauen uns rüber. Wir waren ja hier noch nie. Hat ja erst neu aufgenommen. Oh cool. Oh cool, hier bleib ich schnell. Okay, Kinder? Okay, Mama. Nehmt mir so ein Saft. Ja, mixt euch ein. Ihr wisst bestimmt, wie es geht. Wenn nicht, dann ruft ihr mich. Okay, Mama. Machen wir. Okay, erst kommt das rein. Meinst du, dass das reingehört? Ja, klar. Okay, es mixt schon mal. Ich möchte ein Milchorange. Okay, ich glaube, wir müssen hier drauf tippen. Ach cool. Warte, ich will auch sowas. So, und ich möchte es mit Melone. Ach, Melone hätte es auch gegeben. Ach, egal. Hallo, ich will dann sachhaft. Wieso geht das nicht? So, jetzt hat es noch geklappt. Hey, wieso habe ich jetzt auch eine Melone? Ach, egal. Das schmeckt bestimmt auch lecker. Mhm. Mh. Oh, lecker. So. Alles wieder aufräumen. Hol es dir schnell, Papa. Wir wollen in den nächsten Stock gehen. Okay, machen wir. Geh rein, Becher. So. Jetzt bin ich im Fahrstuhl. Papa. Ja. Kannst du bitte mal deine Taucherbrille untertun? Wir gehen jetzt in den nächsten Stock. Kommt ihr mit? Oh ja, das ist dieses Kinderspielparadies, oder? Ich komm mit. Papa, du bist noch nicht mal im Wasser. Ja, und? Ja. Mama, guck mal, da gibt es Katzen und Hunde. Und keine Ahnung, was das ist. Und eine Schildkröte. Oh, die Schildkröte. Oh, wie süß. Wir schauen uns hinterher um. Oh, da ist ja cool. Oh, cool. Komm, wir rutschen. Ja. Warte. Ich bin hier. Drei, zwei, eins, los. Wuhu. Wuhu. Ich rutsche nochmal. Ich auch. Okay. Am besten fertig los. Ähm, ja. Ja, war zuerst unten. Oh, Mann. Was kann man hier machen? Oh, jetzt segnet's. Cool. Die Katzen sind ja süß. Die mögen mich. So. Oh, cool. Geh mal. Ich lass mich baden. Sollen wir aufstellen? Ja. Höhen, was gehst du? Ihhh. Hm, was gibt's hier? Cool. Wuhu, das macht so viel Spaß. Guck mal, ich bin hinter einem Wasserfall. Warte, ich komme. Ich will auch. Hier ist es auch voll cool. Ich bin in der Höhle. Ich bin hier. Ich baue eine Sandburg. Cool. Mama, ich hab langsam Hunger. Ja, ich auch. Okay, ich kauf euch schnell was. Mhm. Hallo. Servus. Einmal bitte drei so welche. Okay. Okay. Nehmen wir die sich einfach weg. Okay. Wenn ich's schaff. Mhm. Das schmeckt bestimmt lecker. Das ist richtig lecker. Probiert mal. Mhm. Das war richtig lecker. Mama, hier. Wieso rinke ich jetzt in den Müll? Die musst du wegschmeißen. So, hier ist doch ein Müll an. Mama, können wir jetzt in den letzten Stock gehen? Ja, klar. Kommt. Okay. Ich hab unsere Matten mitgenommen. So, wir legen sie, wir legen sie hier hin. Hier ist grad Platz frei geworden. So. Mama. Mama, wir wollen ein Eis. Ah, ja. Ja, 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 ja. Okay. Sag mir, welche Sorte? Sokolade. Mhm. Erbärde. Ich auch. Ja, ich hab's gehört. Wollt ihr noch was zum Trinken dazu? Nee, nee. Das reicht schon. Erbärde. Erbärde. Und Schokolade. Ups, nicht Erbärde. Nein, nicht Vanille. Schokolade. Mama, wir gehen hoch rutschen. Okay, mach das. Hallo, mein Name ist Birne. Hallo, Birne. Okay, ihr könnt. Ich will die Kleine. Mama, wuhu. Mama, du musst auch unbedingt rutschen. Das macht so viel Spaß. Okay, dann rutschen wir mal. Hier oben gibt's auch einen Whirlpool. Geh an. Oh ja, da geh ich rein. Oh, lecker. Da schwimmt Getränke rum. Juhu. Ich geh oben rein. Juhu. Ich geh auch oben rein. Juhu. Das macht so viel Spaß. Ja. Komm, wir gehen alle zusammen in eine. Drei, zwei, eins. Das geht nicht, Mensch. Ah. Nochmal. Ja, wir zwei gehen in eine und ihr zwei geht in eine. Ich nehm mal die Kurs. Drei, zwei, eins. Warte, nochmal. Das hat nicht funktioniert. Wuhu. Achtung. Okay, dann gehen wir zwei. Bist du vor? Ja. Mann. Achtung. Cool. Und los geht's. Hey, das kriegst du sowas von zurück. Hör auf. Dann kommst du halt. Ah. Wuhu. Ups. Yay. Ist Papa eigentlich immer da oben? Entspannung. Mit Taucherbrille. Ah. Ich sollte auch mal rutschen. Okay, welche nehme ich? Ah. Ah. Okay. Dann kann ich mich jetzt auch in die andere trauen. Sexy lady. Ach, das war's schon. Ja, dann nochmal. Papa. Papa. Wieso geht's nicht nur so kurz? Gibt's nicht in der Langerle? Was ist eine Langerle? Ihr wisst schon, was sie meint. Weiß hier eine Taucherbrille. Und los. Wuhu. Das war ein schöner Tag. Ja, das war wirklich schön. Ja, das war wirklich schön. Irgendwie tun mir meine Augen weh. Papa, du hast noch deine Taucherbrille auf. Oh. Du hast einen ganzen roten Abdruck an deinen Augen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.